Hi, Willkommen, mein Name ist DaniloNP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch der Lebenskampf im Ödland. In der letzten Folge haben wir in Diamond City mal wieder ein paar Aufgaben bekommen. Wir sollen Valentine finden, ich habe seinen Vornamen vergessen. Und wir haben noch alle anderen möglichen Sachen hier, die wir noch erledigen können. Und ja, ich bin zu Entschluss gekommen, dass mich alles töten kann in dieser Welt. Egal, was für ein Gegner mir auftaucht. Ich werde von allem fertig gemacht, deswegen nicht gut. Dabei habe ich schon eine Begleitrennen mit. Wir haben jetzt hier einen neuen Ort gefunden wieder. Eine Kirche und wahrscheinlich ist da drin irgendwas Tödliches, was mich so weit von wegpustet. Egal, was für ein Gegner ist. Wie heißt Fehlblut, das ist noch nicht zu fassen. Ich kann hier echt nicht überleben, auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe schon geguckt, was ich mir als nächstes als Level abhole. Ja, genau. Das haben wir jetzt schon wieder drei Gegner. Nicht mal. Ich habe schon vergessen. Das kann ich vergessen. Das macht mich schon direkt fertig hier. Das ist ein legendärer Vieh und ich merke, ich habe noch fünf Schuss mit dem Teil Dreck. Also da sind schon wieder so Typen mit so Schädeln, neben ihren Namen, die scheue ich nicht. Ich sage, dass ich hier nur in Orten vorbeilaufen, wo mich alles fertig macht. Ich kann ja nur in Orten vorbeilaufen, wo ich das erste Mal überleben habe. Ja, das wird auch nicht lang funktionieren. Ich muss die ganze Zeit erst mal so story mit so mann, ob ich Erfahrungspunkte kriege. Ich bin immer da. Den haben wir weg, Gott. Wir hätten sich lieber verziehen sollen. Was war denn noch da drin? Das war jetzt ein sehr starker Gegner, das können wir vielleicht sogar noch schaffen. Wie? Ich meine, ich habe einen Schaden an. Ach gut. So, wir haben mal eine Gegnerbegegnung überstanden. Wirbelsäule kann ich mitnehmen, ehrlich? Hat es das irgendwie gemacht hier? Wenn ich schon mal hier bin. Grillte, Red Kakerlake. Hier hat er für eine Farbbote oder eine Köterkeule. Das ist besser als irgendwas anderes. Schwachsinniges dabei zu haben. So. Ich trage sie. Wow. Die tun einfach mal eine normale Rüstung. Ich trage sie jetzt hier. Was ist das jetzt hier? 2. Ich habe wahrscheinlich auch voll die blöden Sachen hier. Wieso nicht? Der ist ernsthaft, warum nicht? Ich möchte erst mal irgendwie verbessern oder irgendwie sowas. Ich trage sie. Oder wie? Okay. Der macht mich jetzt fällig, ne? Ich bin auf einem Mino so getreten. Ich werde mal speichern. Schnell speichern. Mach mal. Ich tue immer sowieso nur mit den normalen Saps, sage ich mal. Da gehört sogar noch zu meiner Mission, merke ich gerade. Wo ist die Piper-Shopper? Ich mag es echt nicht mehr, meine Begleiter irgendwo sind, wo ich keine Ahnung habe. Ich habe auf jeden Fall ein Level ab hier noch. Nur im Kampf hat, weil ich mir jetzt hier als nächstes Level abholen will. Die nächsten Skill hat mir leider im Kampf nichts bringen. Das ist ja doofe. Ah, hier ist nichts. Dann gehen wir mal den Aufzug benutzen. So hoch ist der Turm ja nicht, oder? Wenn man jetzt hier wieder Dogmeat auftaucht, ne? Dann nicht. Jetzt willst du hier reinkommen. Du, die Schwächsten von uns töten, lass uns nur stärker machen. Wenn... So, dann darf ich jetzt mal hart essen. Sie nicht töten können, ein schwachen Mensch. Sie nichts wert sein. Du gut kämpfst für eine Menschheit. Du, jetzt sterbe wie einer. Meine Kämpfer, auf dich warten. Wo kommst du? So langweilig. Was ist das? Das hat Geräusch, wenn ich das Ding abfeuerte. Oh, hi. Oh, hi. Guck mal, er. Ernsthaft. Buff. Warte. Okay. So, ich hab' ich noch so viel Munition von den Teilen, ne? Warte. So. Wer kann, mein Akku ist ja auch ein bisschen mehr. Naja. Gajau, hier. wenn man mein level ab wohl wie gesagt ich kann jetzt nicht für den kampf gebrauchen gerade ich wollte mir nämlich dinge zonen waffen freak wer zuerst schießt sich tötet zuerst mit zugang zu standard und rang 1 mod für waffen also kann ich kann nicht echt machen so kann ich nämlich auch gespeichert gut bessere waffen erstellen die ich wahrscheinlich brauchen werde wo ich ein paar hat sich so eine legendäre echt erwartet irgendwo ein ganz fest wie ich mich fertig machen wird verkäufer bist du denn niemand ist da weit wenn ich sachen auf schlösser blöde geräusche erst mal gerne erlebe du warst so gut kämpfende rüber guter wir nicht gleich sein kämpfende rüber 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 aber weg wachzum gibt es so oft die eier die heilen sich hoch die peter warum kann sich denn jeder gegner jetzt heilen kannst du ich kann keine waffe ziehen mit zum teufel die 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 jetzt reicht's irgendwie bringt das nix hier so auf time zu machen weil die blöden pissa heilen sich wieder hoch Jetzt bin ich fütend. In dein Schuh möchte ich nicht stecken. Warte. Ist mutiert, ist gut zu wissen. Das ist jetzt nur eine Granate werfen und ich bin tot, glaube ich. Oh, da hat er geschummelt. Das Kammerjäger-Skledung. Rüstung, okay. Stattwesens ausrüsten. So. Das ist der einzige, wodurch ich stärker werden kann. Na, fünf mehr Ausrüstung, sehr gut. Danke. Was? Weil es sind sehr verursachten Schaden. Vor allem muss man sich mal geben. Ich habe sogar eine Rüstung schon ausgerüstet, die mir mehr Schaden von Super Mutanten hier senkt. Was? Das ist vielleicht 45. Boah, jetzt sind da unten noch mehr aufgetaucht. So am Mutanten bei Entschienen, ja. Wo ist denn der jetzt aufgetaucht? Ich war ja die ganze Zeit hier alleine mit dem. Bauen wir mal gar nicht. Was für ein grünes Zeug. Stimmt, ich kann aber Experten nicht mehr als eröffnen. Hier ist nichts Gutes drin. Natürlich war es in die andere Richtung. So, gehen wir mal Gutes. Ja, viele Patronen. Piper hat das gefallen und muss ich das Ding auch noch öffnen. Ich war da schon wieder in Längen derer, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, schnell speichern. So gut, dass du die links tust. Wir müssen das nicht tun. Darum sind die. Was auf den Arzt hier, mein Gott. Aber warum? Wenn es ja nicht, die sind schon stark genug. Ja, kannst du mal bitte außerhalb meiner Schussbahn gehen. Noch mehr habe ich gesehen. So, da war der normale Lederrüstung. Wesens kriege ich ja gute Rüstung mal. Minus. Ach, da ist rechtes Bein oder was? Dreck. Das war schon ein besseres. Automatische Speicher. Sehr gut. Überlebenskampf hier. Ja. Ja. Er sieht schon verdächtig aus. Ich glaube, ich nehme mal einen Widerway. Wenn ich mal endlich wieder voll abhören. klingt irgendwie wie tiny tiger aus crash bandicoot wer gerade so auf ich bin jetzt nicht hier ich bin jetzt kein gar nichts wasser schon ganz oben gereinigt und da g wird nur zu voll gewesen sein zu gehen aber schnell speichern jeder kann es mein letzter sein könnte der tun werde ich so wahrscheinlich ist dieser fest typ noch stärker als alle anderen da kann ich mich wahrscheinlich nirgendwo verstecken ja aber bist du hier mal gucken welche meiner waffen zieht am meisten ab splittergranate ich habe die benutze ich ein bisschen 34 37 jahr gewährt sieht mehr abwart doppeläufige schrotflinte jahr gewährt sich am meisten ab ist gut zu wissen so die waffe ist geil aber jetzt einfach ganz nach oben und fertig aber verdammt habe ich noch mehr hier irgendwie aufgeschreckt habe ich das gefühl ich werde ich auch ja so hat gefühl der typ der ganze damit mit mir spricht ist überhaupt nicht böse Oh Gott, ey. Oh, ey. Ist mir gerade, umgauen. Okay, bin runtergefallen. Wieder gut gezielt. Ja, gut gemacht. Ah. Ah. Da kann ich öffnen. Öpf, falsch rum. Na lang. Ganz schön actiongepackte Episode. Habe ich es nicht gesehen, aber okay. Warum hier, wobei Menschen immer kämpfen? Sagen ausgerechnet die? Na, gehen wir wieder da hoch. Psst. Irgendwie ballert die schneller. Nein, das ist deren Waffe, ne? So hat man jetzt nicht hier die ganze Zeit Dingens verwenden. Äh. Ich muss die ganzen Sachen mal loswerden. Boah, meine Emotion wird hier echt... Knapp. Was? Oh, ne. Guck ich mal einer die AP von denen an. Und gegen den anrichten. Ja, tschüss. Schau ab. Da hab ich noch keine Chance. Ah, guck mal, hier haben wir so Medics. Komm her! Tag. Du bist der Mensch! Das ist dein Tod! Au! Das ist doch krank, was der hier macht. Was ist das? Der hat die Luft gesprengt, ey. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass... Warum ist das so schneller? Ach, ich bin wieder hier. Ach, ich bin wieder hier. Jetzt wieder hier hoch. Ja, ne. Boah. Der kommt mit einer Minigun, ey. Der kommt mit einer Minigun, ey. Habe ich meinen überhaupt dabei? Ich glaube nicht, nein. Sollte ich vielleicht auch mal dran denken. Ich hab ja auch eine Power Armor, eine Minigun, all sowas. Dreck! Ich muss noch in meine Kronkorkmine rein, davon habe ich den schon so gut wie. Ich hab das Gefühl. Hm. So Dreck, ey. Warum ist das so schwer, ey? Ich weiß, ich spiele auf Nösen Schwierigkeit, aber trotzdem. Ach. Na, Machine, bitte. So. Du weißt, jemand da? ich weiß nur wo genau die sind im einen nach dem anderen auseinander erst mal alle Ich auch, hier. Keine Kämpfe eher, was ich hier mache. Da ist er mit der Minigun. Was ist das? Aua. Da kann ich mal einer auf dem anderen kommen. Statt speichern. Das ist, glaube ich, nur er übrig, ne? Oh, ne? Hallo, na? Wir können jetzt mehr... Alter, Alter! also wenn der junge ecke kommt ich komme noch nicht mal dazu meine strategie zu machen nur dann will ich sagen ich bin die partie und wir sehen uns dann erwiesen besser fertig machen ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage dann tschüss bis zur nächsten folge